Okay, keine Spinnen. Oder? Baumelt da einer? Da baumelt tatsächlich einer. Ich werd verrückt. Der hat's richtig gemacht. Ich glaub aber, der wacht wieder auf, oder? Kollege? Wir lassen ihn mal hängen. Die Frage ist, bleibt er hängen? Wir testen das mal. Ich geh mal hier vor. So, so. Auf jeden Fall können wir ihn jetzt noch nicht beschießen. Das hat natürlich nichts zu sagen. Es kann sein, dass er gleich noch runterkommt und dann sich's anders überlegt, ne? Aber ich trau solchen Räumen nicht mehr, seit wir in dem einen da gleich doppelt von Zombies attackiert wurden. Ein alter Bücherschrank. Die Bücher handeln fast alle von Literatur und Philosophie. Kann man machen. Philosophie ist ein interessantes Thema. So, noch ein Pistolenmagazin. Okay. Aber hier liegt auch noch was. Selbstverteidigungswaffe mitnehmen. Was ist das denn? Ach, okay. Das ist wieder so ein... Nee, okay. Doch nicht. Ich dachte, es wäre wieder so ein Selbstverteidigungsding wie jetzt auch der Elektroschocker und der Dolch. Selbstmordbrief. 22. Juni 98, 9.30 Uhr. Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommener. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich vieles unvollendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte verstehe mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir. Ja, hier haben sich menschliche Tragödien auch abgespielt. Das ist natürlich der Freund, der hier hängt. Nehme ich mal so an. Dieses Bett wurde entscheidend benutzt, ja. Ich frage mich bloß, ob er denn hängen bleibt. Denn er scheint noch so ein bisschen zu zucken. Und ich weiß nicht, ob das denn überhaupt Zombies aufhält, wenn man sich aufhängt. Ich denke eher nicht. Allerdings ist es hier natürlich auch nicht so wie bei The Walking Dead, wo jeder zu einem Zombie wird. Der stirbt. Sondern hier muss man ja eigentlich schon gebissen werden. So, wir gehen mal rein. Ich habe die Pumpgarten ausgerüstet. Ich will mal schauen, ob es hier irgendwas drin gibt für uns. Hier liegt ja einer drin. Was? Was war das denn für ein Geräusch? So, wir machen das mal so. Sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas wäre. Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpselziehen, ja, guck mal. Wenn das geht, ohne den Lott zu wecken, dann mache ich das. Da ist etwas in der Badewanne. Ja. Aha. Kontrollraumschlüssel mitnehmen. Ja, bitte. Okay, es geht. Wir gehen wieder raus. Wunderbar. Ich dachte, er hat ihm einen Kopfschuss gegeben. Ich dachte, er hätte ihn erledigt. Oder ne, er hat ja irgendwie gesagt, er musste ihn im Bad einsperren. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir den Kontrollraumschlüssel gekriegt. Das ist natürlich total super, weil wir jetzt eigentlich wieder in den Keller müssen. Das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Ich wollte jetzt eigentlich erst mal den Rest des Anwesens ersetzen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch erst mal. Ist mir jetzt egal. Dann habe ich halt den... Alter, da wollte ich nicht hin. Warum drücke ich immer das Falsche? Egal, wie herum ich das machen will. So, wir gucken uns mal die Waffe hier an. Eine Selbstverteidigungspistole für 22 Magnum-Munition. Ein Schuss wurde bereits abgegeben. Okay. Die ist putzig, die Waffe. Ich weiß bloß nicht, was wir mit der sollen. Wir nehmen sie mal mit. Ist ja bloß ein Einschuss drin. Den können wir vielleicht auf irgendjemandem verbraten. Den wollen wir ja nicht sinnlos verkommen lassen. Und dann stecken wir sie weg und dann ist gut. Oh nein! Sie sind da! Oh, komm schon! Sie sind da! Und deswegen ist ja auch... Wow! Deswegen gibt es ja auch so viele blaue Kräuter. Denn die Spinnen sind nicht gut. Die Spinnen sind gar nicht gesund. Und ich wusste, dass sie ab diesem Zeitpunkt kommen würden. Das ist das Schreckliche. Und ich sehe da oben schon wieder was zucken. Das ist so ein Speed-Zombie, oder? Ach nee. Und du, mir mal auf zu zucken hier unten. So, wir gucken uns erstmal hier unten um. Was hängt denn hier? Das sieht aber gar nicht schicklich aus. So, können wir uns aber auch nicht weiter anschauen. Ich dachte vielleicht auch, das ist auf dem Boden davor. So. Eine rote Öllampe. Sie ist nicht angezündet. Das lässt sich ändern. Gut. Nein, ich drücke wieder immer das Falsche. Ich würde das gerne ändern können. Ich glaube, man kann aber nicht so konkret irgendwas ändern von der Belegung. Sondern es gibt bloß vorgefertigte Belegungen, die man dann ändern kann. Nee, das lasse ich mal da. Und ich glaube, so wie ich mir das vorstelle, alles so lassen, wie es jetzt ist. Nur die, äh, die Dreieck- und die Kreistaste drehen. Das gibt es, glaube ich, nicht. So, ich bereite mich schon darauf vor, dass der Typ gleich angerannt kommt. Könnt ihr die Kamera wechseln? Danke. Oben ist der, ne? Ich habe dich gesehen, mein Freund. Du bist doch ein Schneller, oder? Ah, nee, das ist eine Spinne, die... Ist das eine Spinne, die außen dran hängt, oder was? Hä? Ich bin verwirrt. Ja, da hängt eine Spinne außen dran, das ist alles. Ich frage mich gerade, können wir die Spinne eigentlich durch das Gitter abschießen? Oh ja, wir können! Blöderweise ist sie jetzt halt unten im Gang. Das hilft mir auch nicht weiter, das war eigentlich blöd. Ich hätte sie da hängen lassen sollen. Ein paar Billardkugeln. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber die Eins fehlt. Ein Gitarrenkasten, er ist leer. Ja, die Gitarre steht nebenan. Die sehen wir ja schon. Hier ist die Gitarre. So, der sagt sie nichts. Eine orange Öllampe, sie ist nicht angezündet. Haben die Farben irgendwas zu bedeuten? So, wir hatten jetzt orange und rot. Das sind auch zwei Billardkugeln. Keine Ahnung, ob das was miteinander zu tun hat. Wahrscheinlich nicht. So, ja, ja, ist gut, ist gut. Also nicht bloß die Eins fehlt, sondern auch die Sieben. Ja, okay, ich wollte eigentlich mal in die Taschen schauen, aber... Das ist es nicht. Oh, die Spinne kann Treppensteigen. Ist ja süß. Das hat funktioniert. Ich bin erstaunt. Kann es sein, dass die weniger aushalten, als ich dachte? Ich hatte eigentlich gedacht, da ich mit dieser kleinen Waffe nicht so Erfolg hatte, mit dem Magnum-Geschoss, dass ich dann eine größere auspacken muss. Aber scheint ja doch nicht so zu sein, wa? Na gut. Oh ja, das ist, das ist Dankeschön. Oh, ihr versteht mich. Ein Haufen großer Fässer. Gut, die Fässer, die interessieren uns nicht so sehr. Ihr versteht mich wirklich. Ich brauchte das jetzt unbedingt. Rotes Buch mitnehmen. Bandage with Blood. Okay. Schauen wir uns mal an. Das können wir gleich einsacken. Das ist wieder mal ein Erste-Hilfe-Spray. Ich nehme mal an, das wird sich nämlich gleich hier erledigen mit dem... Nein, nicht kombinieren. Ich will prüfen. Ein Buch mit rotem Einband. Schauen wir mal. Ein Buch mit rotem Einband. Die Seiten sind alle leer. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? So, aber... Okay. Kann ja sein, dass irgendein Fach drin ist oder sowas. Ein Geheimfach, aber ist nicht so. So, hier unten haben wir auch noch eine grüne Lampe. Ich glaube, wir sollten mal unser Feuerzeug holen, kann das sein? So, zumindest haben wir hier jetzt aber erstmal aufgeräumt. So, haben wir denn sonst noch was hier? Ne, in dem Raum ist sonst nichts weiter. Okay. Die Spinnen sind weggeräumt. Die eine zuckt noch nach, die andere hat es schon hinter sich. Gut, dann gehe ich mal ganz kurz ins Inventar hier, in die Inventarbox. Und räume mal ein bisschen um. Gut, und dann nehmen wir mal das Feuerzeug mit und stecken die kleine Selbstverteidigungswaffe weg. Die ist ja nicht so nützlich jetzt. So, die kann erstmal... Die tun wir mal ganz weit weg. So, vielleicht. Den Kontrollraumschlüssel, den behalte ich mal da. Ich denke mal, wir werden ja relativ bald in den Kontrollraum gehen. Auch das rote Buch behalte ich mal, glaube ich. Oder? Das ist halt blöd. Das nimmt halt alles Platz weg, ne? Vor allem dieser kleine Scheiß-Schlüssel nimmt ein ganzes Inventarfeld weg. Das ärgert mich immer wieder. So. Ähm... Ich packe erstmal den Kontrollraumschlüssel weg. Wenn ich dann da runter wieder gehe und den Kontrollraum öffnen will, dann kann ich den immer noch wiederholen. Jetzt erstmal... ...stecke ich mir noch ein, das Feuerzeug. Genau. Das war der Plan. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht ein paar Lämpchen anzünden können und für ein bisschen nettere Atmosphäre sorgen können. So, ein bisschen heimeliger das Ganze machen. Gut. Spinnen sind weg. Hausmeister war schon wieder da. Das ist schön. Der nimmt seine Arbeit ernst. Ach, das grüne Kraut hätte ich natürlich wegpacken können, um dann hier das zweite zu nehmen. So. Aber wir zündeln mal ein bisschen. Ein sonderbarer Schatten schwebt im rötlichen Licht. Was könnte er bedeuten? Ein Auge. Okay. Zünden wir mal noch die restlichen an. Können wir eigentlich die Schallplatte anmachen? Das wäre so schön. Ne. Schade. Ich mag Schallplattenmusik sehr. Ja, also kommt natürlich auch drauf an, was drauf ist auf der Schallplatte. Ist klar. Aber ich mag den Klang von Schallplatten. Ich wollte mal hier schauen, weil es so aussieht, als ob hier was auf dem Boden liegt. Aber ich glaube, da liegt nichts. Gut. Die anderen zwei auch noch schnell angezündet. So, selbes Zeichen. Ein sonderbarer Schatten schwebt im grünen Licht. Was könnte er bedeuten? Und dann oben noch das Orange angemacht. Und wahrscheinlicherweise wird dort auch ein Auge sein. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber ich bin Meister der Kombinationsgabe. Von daher wird das wohl so sein. Nein. Hier. Überraschung. Aber sie haben verschiedene Anzahlen an Strichen mit dran. An Augenbrauen sozusagen. Nicht Augenbrauen, Entschuldigung. An... Wie heißen die Dinger? Lieder. An Augenlidern. Ein sonderbarer Schatten schwebt im orangenen Licht. Was könnte er bedeuten? Hier sind vier dran. Beim grünen waren zwei dran. Warte mal. Mal kurz schauen. Ne, hier sind fünf, das Orange. Das grüne ist sechs. Und das rote drei. Also das hat nichts damit zu tun, okay. Gucken wir nochmal kurz bei dem roten. Ich weiß nicht, was das für eine Zahl hat. Zwei an der Seite. Hm. Was sagt mir das jetzt, ist die Frage? Ich habe bei den anderen gar nicht geguckt, ob die auch was an der Seite haben. Ich glaube aber nicht, ne? Ne. Also die Anzahl kann es nicht direkt sein. Es muss irgendwie... ...weiß ich nicht. ...mit der Ausrichtung zu tun haben. Weil sowohl das grüne als auch das rote zwei... ...ääh... ...striche haben. Ja, du musst... ...du musst es öffnen. Es ist klar, dass es von außen erstmal keine besonderen Merkmale hat. Er enthielt eine Mischung aus grünem und blauem Kraut. Aha. Ich dachte, da sind immer die Sprays drin. Na gut. Nehmen wir mit. Und packen es gleich in die Kiste. Hier kommen wir jetzt also nicht mehr... ...nicht wirklich weiter gerade. Ich weiß nicht, wofür genau das gedacht ist. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Es ist auch nicht so wirklich irgendein davon abzweigender Weg eingezeichnet, ne? Also das kann es auch nicht so richtig sein. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich nur einen Anhaltspunkt, was wir machen könnten. Nämlich den Kontrollraum finden. Das heißt, wir dürfen uns wieder zu den Haien rein stürzen. Etwas, das ich unbedingt möchte. So. Ich weiß nicht, wie wir mit diesem blöden Loch dort agieren sollen. Das ist nervig, muss ich sagen. So. Aber egal. Das muss uns erst auf dem Rückweg aus dem... ...Kellerloch wieder beschäftigen. Ich packe das mal mit unten hin. So. Die wollte ich nicht haben. Ich wollte das hier. So. Und das Feuerzeug wieder rein. So. Den Kontrollraumschlüssel behalten wir. Ach, dieses Buch. Ich weiß nicht, was ich mit dem Buch machen soll, ehrlich gesagt. Das ist so... Ist es, ne? So ein bisschen... Ich stecke es erstmal weg. Ich stecke es erstmal weg. Den Kontrollraumschlüssel haben wir... ...bei? Ja. Nur nochmal sicherheitshalber geguckt. Nicht, dass ich jetzt losrenne. Und dann muss ich unten feststellen. Oh shit, du hast ihn ja doch nicht eingesteckt. Hieß der überhaupt Kontrollraum unten? Ich weiß es gar nicht. Hieß der nicht Generatorraum oder sowas? Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wenn es nicht der Raum ist, dann werde ich dort die Aufnahme beenden, glaube ich. Und dann einfach wieder zurücklaufen und nochmal speichern. Wenn das ist, dann machen wir noch ein kleines bisschen weiter und dann beende ich die Aufnahme danach. Mal schauen. Wow. Oh, ne. Da wollte ich gar nicht lang. Galerie. Ja, ja. Schön. Das heißt, wir können an den Viechern vorbeirennen, wenn wir schnell genug sind. Das ist gut zu wissen. Warum habe ich in dieses Loch geschaut? Beim nächsten Mal tue ich es nicht mehr. Gut, aber wir stürzen uns jetzt erstmal die Leiter runter. Und schauen mal, ob das wirklich der richtige Schlüssel ist. Glücklicherweise ist der Weg ja jetzt geebnet. Ich hoffe mal, der eine Hai wird uns nicht so großartig belästigen. War das fast hier? Ne, das war von der anderen Seite verschlossen. Okay. Gut, dann schauen wir jetzt nochmal hier drüben. Nein, wir sind nass. Und rüber zu den Hain. Yeah. Wer spielt nicht gern mit Hain? Der andere ist jetzt auch weg. Oder lauert der nur in der Tiefe? Na gut, wir gehen gleich mal hier den inneren Weg lang. Ich gehe mal hier drüben lang. Ich glaube, da bin ich noch nicht lang gegangen. Oh. Das ist aber kein Hai, oder? War das ein Hai? Das sah so komisch aus. Na gut, egal. Sie haben den Schlüssel für den Kontrollraum verwendet. Sehr gut. Die brauchen wir nicht mehr. Komm weg. Rein hier. So. Haben wir hier... Mal kurz auf die Karte schauen. Hier geht es noch weiter nach unten. Okay. Kurz hier geschaut. Die Warnlampe deutet auf einen Notfall hin. Na, dankeschön. Als ob wir noch nicht genug Probleme hätten. Gut. Dann rein in den Keller und... Oh, yeah. Hai. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aha, aha. Eine Druckkammer. Das ist alles. Na gut. Ich wollte eigentlich mal den Ausblick zu den Hain genießen. Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Beim Ablassen des Wassers muss etwas schiefgegangen sein. Das ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers. Den drücken wir gern. Hallo, hi. Wow. Bleiben Sie ruhig. Nein. Ey, komm nicht auf blöde Ideen, hier die Tür abzusperren. Du bist wohl blöd. Wo ist denn hier? Ein Öldruckregler. Sie brauchen den Öldruck jetzt nicht zu ändern. Nicht? Sicher? Aber, 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 aber ihr habt mir das doch hier mal so markiert. Oh, was mache ich jetzt? Nein, ich wollte gar nicht nach oben. Warum greift er mich jetzt an? Warum gehe ich jetzt nach oben? Geh nochmal wieder runter. Was muss ich tun? Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Oh, warte mal, hier vielleicht. Nee. Nicht jetzt. Warte mal, willst du mich verarschen? Nicht jetzt. Vorsicht, was da oben. Öldruck fällt. Ventil 1 öffnen. Ventil 1. Ist das hier drüben dann noch mit? Ventil 1, ein Öldruckregler. Nee. Ach, Mensch, Leute, was soll ich denn tun? Ja, bitte. Okay, darf ich denn jetzt hier drüben öffnen? Jetzt? Nee. Was habe ich denn jetzt geöffnet? Ich verstehe es nicht. Sorry, ich verstehe es gerade nicht. Wir laufen einfach mal rum und drücken alles. Ja, okay. Da muss ich noch nicht drücken. Da ist ein Steuerhebel für die Druckkammer. Umlegen. Ja, bitte. Gefährlich. Nein. Öldruckabfall. Kammerbetriebe abgebrochen. Stellen Sie den Öldruck wieder her und gewöhnen Sie den Sicherheitsmechanismus. Dankeschön. Ja, super. Gute Idee. Jetzt. Darf ich denn jetzt? Nein. Komm schon. Wir haben es schon gesehen. Wir müssen den ersten drücken. So. Aha, aha, aha. Schön. So, ah, ich muss mir das Sicherheitsmechanismus lösen. Na, Dankeschön. Ja. So, jetzt aber. Komm, schnell, bevor das Vieh wieder da ist. Wir sind fast fertig hier. Geht es jetzt? Sag mir bitte, dass es geschafft ist. Ja. Danke. Dankeschön. Meine Güte. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Alter, man weiß am Anfang überhaupt nicht, was man tun soll. Ja, und da war die Scheibe durch. Das war knapp. Jetzt kannst du das Wasser ablassen. Jetzt kriegst du deine Strafe, der dummer Dreckshai. Erstücke. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Puh. Das hat mich jetzt schon ein bisschen unter Druck gesetzt, muss ich zugeben. Was haben wir denn hier? Ach, eine Karte vom Aquaring. Na, Dankeschön. Die ist natürlich eminent wichtig. Und zeigt mir äußerst viel an, was ich noch nicht wusste. Ja, her damit. So, gibt es hier noch was auf dem Tisch? Achso, das war bloß die Nachricht mit dem Öldruck. War ganz gut, dass ich die gefunden habe. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Ei, 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 ei. Och, der kommt mal hier richtig ins Schwitzen, Mensch. Und dabei kann ich einfach wieder laden, ne? Man muss das mal aus Jill's Perspektive sehen. Sie ist tot, wenn das nicht klappt. Okay, hinten ist noch... Gab es den Weg vorher auch schon? Wahrscheinlich schon. Ich habe ihn nur nicht gesehen. So, das Wasser ist weg und unten sollte ein toter Hals zappeln. Das täte mir natürlich äußerst leid. Okay. Äh, die Frage ist, wo müssen wir jetzt genau hin? Wo ist die Treppe hier? Äh, Leiter, was auch immer. Der Weg nach unten eben. Gibt es einen? Ich weiß es nicht. Hat sich vielleicht hier drinnen was getan? Wir schauen noch mal kurz. Vielleicht ist die Pflanze nicht so begeistert davon, dass wir jetzt das Wasser aus dem Aquaring abgelassen haben. Ne, sie ist noch da. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir sie auch erst mal sein. Kann sie ihren Spaß da haben und sich ein bisschen ausreden in der Kammer. Gut. Dann müssen wir die wahrscheinlich doch erst ein bisschen kitzeln, bevor dann endlich mal der Raum dort freigegeben ist. Können wir runter oder sowas? Ne. Das wäre, glaube ich, auch nicht so gesund. Dieser blöde Hai, ne? Das ist ein Drecksvieh ohnegleichen. Was für ein Idiot. Rennt dort immer wieder, äh, schwimmt dort immer wieder, geht es einer riesen Ommel gegen die Scheibe an. Was für ein Kunde. Na gut. Aber hier hinten ist jetzt auch nichts, oder? Ne. Hm. Na gut. Dann würde ich sagen, ich wollte sowieso eine Pause machen. Dann mache ich die gleich hier unten. Ich werde jetzt gleich nochmal hochgehen und speichern. An der Stelle aber erst mal, was ist für diese Aufnahmesession? Wir sehen uns in der nächsten wieder. Und dann schauen wir mal, was uns das Ganze gebracht hat und wie es dem Hai da unten so geht, ne? Also, bis dahin. Tschüss. Kleiner Nachschlag. Leider ist es doch nicht so einfach mit der Schreibmaschine. Denn wir sind ja über die Kisten reingekommen, die da durch die Gänge geschwommen sind in dem Gang. Und, äh, ja, da das Wasser weg ist, schwimmen die Kisten auch nicht mehr. Deswegen habe ich mich nochmal kurz umgeschaut und habe festgestellt, hier in dieser, äh, Kontrollkammer, ich muss mal kurz schauen. Gut, wir haben noch Platz im Inventar. Das heißt, ich nehme hier das hier mit. In dieser Kontrollkammer gibt es einfach noch einen Weg durch. Ich glaube, den habe ich gerade noch gar nicht gesehen gehabt vorher. So, ich gucke mal kurz, was drin ist. Ist wie so ein Überraschungsei, ne? So, was haben wir diesmal? Zwei grüne Kräuter, ist in Ordnung. Nehmen wir mit. So, hier bei dem Öldruckregler war das. Äh, hier können wir einfach durchgehen. Und da gibt es noch eine Tür. Und ich nehme mal an, die wird vorher noch geringfügig verschlossen gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir da jetzt mal schauen. Denn das ist momentan der einzige Weg, den wir irgendwie haben. Alles andere sieht schlecht aus. Ja, und so nass wie das hier ist, war das garantiert vorher unter Wasser gesetzt. So, nochmal kurz den schaut. Okay, da geht es in den großen Raum rein. Oh, hier gibt es Granatenmoni. Okay. Auf dem Materialien steht Dynamit. Sie sind völlig durchweicht und nutzlos. Na klar. Aber das hier wird hoffentlich luftdicht verpackt gewesen sein, die Granaten. Wir nehmen sie mal mit. Ich weiß, vom Platz her ist es ein bisschen ungünstig gerade. Aber was soll's. So, wir haben zwei Wege. Ich gehe mal erstmal hier lang. Denn ich nehme mal an, hier können wir kurz beim Hai vorbeischauen. Der andere wird uns hoffentlich wieder rausführen. So, wo liegt denn unser Freund? Ich möchte ihn verspotten. Liegt er überhaupt irgendwo, ist die Frage. So, das sollte natürlich ursprünglich mal alles nicht unter Wasser gesetzt sein. Ja, hier ist er. Na, mein Kleiner. Mit dir spielt wohl keiner. Das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt. Du kleine Bitch. Hä? Nee, wohl nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Kleines Arschloch. Gut, wir gehen mal kurz hier hoch. Was haben wir denn da? Die Durchflusssteuerung. Sie hat keinen Strom. Okay. Okay, klar. Der Generator für die Durchflusssteuerung. Hebel da unten drücken. Ja bitte. Oh, Strom. Strom im Wasser. Ist das eine gute Idee. Das Ding sieht aus, als würde es Ihnen einen Stromschlag verpassen. Vielleicht lassen wir das lieber aus, oder? Ich weiß es nicht. Mach mal wieder aus. Ich möchte mich ja jetzt auch nicht hier töten, wenn ich wieder ins Wasser springe. So. Aber zumindest wissen wir, der Hai hat es hinter sich. Das sind schon mal gute Nachrichten. Diverse Geräte, sie haben keine Ahnung, wozu sie dienen. Wunderbar. Und dann untersuchen wir mal den anderen Weg, denn ich hoffe, der wird uns wieder rausführen. Damit ich da die Aufnahmesession wirklich beenden kann diesmal. War ja jetzt eine tolle Sache. Ich nehme mal an, wir werden jetzt gleich in einem Gang wieder rauskommen. Indem wir noch die verschlossene Tür hatten. So, schauen wir mal. Die Granaten, die hat doch bestimmt Barry hier abgelegt. Barry war garantiert schon hier. Es muss Barry gewesen sein. Es muss. Wer sonst sollte uns Granaten hinlegen? Oh, hier gibt es Magnum-Munition. Nehme ich auch mit. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht noch irgendwelche großartigen Gegenstände sammeln müssen. Ne, hier geht es eine Leiter hoch. Ich nehme mal an, alles ist eng zusammengepackt. Hier sieht es aus wie auf der Müllkippe. Ja, es wurde vom Wasserdruck hier zusammengequetscht. So, okay, wir gehen auf der anderen Seite hoch. Ich nehme mal an, dass wir jetzt in einer kleinen Abstellkammer rauskommen, die uns eben direkt am Gang wieder rauswerfen wird. So. Jill quält sich hoch. Wir schließen die Tür auf. Jawohl, wir sind an der richtigen Stelle. Und kommen im Gang wieder raus. Das ist schön. Ich hoffe, wir sind keine Gegner gekommen. Nein. Dann beende ich diesmal wirklich die Aufnahmesession an dieser Stelle und begebe mich noch zum Speicherpunkt zurück. Also bis zum nächsten Mal gehabt euch wohl. Wir sehen uns. Und tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020